Das ist an der Seite, glaube ich, hoch. Wow, ich hab Dynamit! Johu Leute, herzlich willkommen zurück im Unturns Battle. Zusammen mit dem Basti, der da unten irgendwo steht. Hi. Ah, lol, das war voll witzig. Der Name wurde da unten angezeigt und dann guck ich... Äh, da oben ist nicht Janik und hier ist er... Auch nicht. Und dann hat sich der Name so nach oben gebeamt. Okay, war da oben was? Äh, oh, warte, ich hab einen 7x Scope hier gefunden für irgendeine Waffe. Okay, nehmen wir es mal mit. Ich bin dafür, wir gehen mal, ähm... Mir wurde voll oft gesagt, dass wir etwa zur Military Base gehen sollen. Ja, dann gehen wir jetzt hier nach Charlatan, holen uns ein Auto. Und vielleicht noch was zu essen, ne? Oh ja, womit? Wobei ich auch gerne mal hier die, äh, Bären probieren würde. So, Bäre essen. Die wollte ich da essen. Ach, ich bin auch welche gemacht davon. Ja, die gibt nämlich auch Wasser dazu. Also Bären sind echt nützlich. Oh ja. Oh, und die heilen einen auch. Die heilen auch, ja. Eindeutig nur Bären sammeln. Bären sammeln. Ich bin wieder voll. Ich auch? Übel, gar? Also 100, 197 habe ich. Ich habe 183 und, äh, 77. Alter, ist ja mal sowas von Legendary, Bären. Alter, und es geht. Drück mal H. H. H? H. Ja! Oh mein Gott! Third Person! Ja, geil! Wir können jetzt endlich richtig Auto fahren. Nice! Okay. Das ist doch irgendwo, um Third Person rumzulaufen, ey. Ja, Third Person, ähm, benutze ich nur fürs Autofahren. Ja, finde ich auch besser. Was haben wir denn hier für eine Waffe, einmal die da und einmal das Messer, gut. So, was auch einige gemeint haben, ich soll Crafting irgendwie, äh, upgraden, also wenn ich Level habe. So, Achtung, ich erledige den ja. Ich steche den ab. So, alter, One-Hit, nice! Was kann man denn bei Crafting upgraden? Den sehe ich gar nichts. Ja, das hat mir jemand geschrieben, deswegen wollte ich mir das Ding nix angucken. So, ich kann die alle one-hitten. So, ich habe jetzt wieder einen Kanister. Ich könnte meinen Narkov auch nochmal upgraden. So, was ist hier drin? Oh, fuck! Du mättest gerade alle Zombies nieder. Dieses Geräusch hier, ist was der Hammer. So, der ist weg, der hat mich wohl. Ich mache mal den, der da liegt, komm, komm her. Komm her. Alter, nice, und hier liegt Cola rum. Aua. Alles gut bei dir? Schaffst du das? Ja, kannst du einmal eine Bandage benutzen? Der hat mich erwischt. Okay. Das ist nicht so schlimm. So, hast du was gehört? War das ein Zombie, der Öl gemacht hat oder was? War das vielleicht meine Bandage einfach nur, die ich benutzt habe? Was ist das hier? Ich habe Sam... Chemicals. Chemicals? Ja. Kannst du jetzt zum Walter White werden? Ja, pass auf. Ich rüste mich jetzt mal ganz kurz mit dem hier aus. Ah, okay. Und lade uns mal hier so ein Auto auf. Wollen wir mit dem Auto dann zur Military Base fahren? Warte, ich mache den. Ja, das machen wir. Warte, können wir uns richtig um den? Gut. So. Oh, den hat mir noch einen mitgegeben. Ich lade das nochmal komplett auf. Das Auto. Ja. Okay, gut. Ganz kurz craften hier. Das geht ja gerade nichts. Ach so. Okay, pass auf. Dann haben wir das Auto. Essen haben wir auf jeden Fall safe. Gut. So, okay. Wir sind bei 82%. Soll ich es mal ganz full machen, das Auto? Mach ruhig mal full. Ja, wir wollen gerade natürlich alle Zeit der Welt. Gut, okay. Wow, es gibt... Man kann die Bandage sogar nochmal upgraden zu irgendeinem Ding namens Dressing. Ja, ja, ja. Du kannst es upgraden hoch 10. Boah. Können an, ob es hoch 10 wirklich ist, aber naja. Kann ich dann damit fliegen, so gut es sieht an der Erde. Natürlich, natürlich. So, okay. Ich sitz drin. Ich auch. Gut. Und, oh, ist es viel angenehmer so zu fahren. Oh, nice. Stimmt. Man sieht ja von außen einfach mehr. Okay, äh, los ich mal so ein bisschen. Ja, ich muss ganz so auf der Karte suchen. Wo waren wir überhaupt nochmal? Moment, ach da. Wir sind gerade in Charlotan. Bin ich auf dem richtigen Weg? So, wo müssen wir hin genau? Äh, zum Military... Ja, gut, ich weiß, glaube ich, wo lang. Ich bin richtig unterwegs. Ah, ja. Da musst du links fahren an der Kreuzung, oder? Genau. Ja. Jetzt nach oben. Ah, ja. Alter. Einfach der Straße ewig lang folgen jetzt, ja. Uh, dann können wir uns da nämlich, äh, schön mit Waffen, ne? Äh, aus... Oh, fuck. Uh, uh, uh. Also, es waren zwar Le... Aber wir haben dann Waffen jetzt wieder gefunden. Und jetzt wird's halt spannend, äh, mit dem Military Base-Stützpunkt. War da überhaupt schon mal irgendjemand, oder war da noch gar kein Team? Ja, ja, da waren Kalle und Daraus ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Deswegen haben die auch so gutes Equip gehabt. Vermutlich, ja. Ja. So. Okay, jetzt müsste ich meines Erachtens nach hier abbiegen. Ist das richtig? Ne, 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 da hinten beim Tunnel. Ne, erst die nächste. Erst die nächste. Da hinten beim Tunnel. Ja, gut, ich erinnere dich. Das wäre die Confederation Bridge, wenn du da jetzt abgebogen wärst. Okay. Paul's Heads. Alles klar. Okay. Military Base, äh, ja. Wir kommen in den Hub, auch wenn wir reinfahren. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger hier durchbrechen kann, aber gut. Ah, wir können ja laufen. So, wieder First Person. Genau. Das mache ich auch immer. Ich switch immer hin und her. So. Zum Kämpfen ist das besser. Also, da steht direkt rechts einer. Ja. Achtung. Und, zack. Und, zack. Na, der hält aber viel aus diesmal. Nice. Du musst dich von hinten anschleichen und auf den Kopf zielen und da einen Rechtsklick drauf machen. Ah, gut. Boah, Anschluss ist bei denen aber nicht so. Ja, du warst zu laut. Aua. Okay, lauf weg. Okay. Ist okay. Gut. Das. Okay, Achtung. Orange Smoke. Alles klar. Ich schau mal hier ums Eck. Da ist ein Zombie. Hier liegt auch ein bisschen Säugung. Ich esse nochmal kurz Beeren. Und dann heile ich mich nochmal. Okay, gut. Two Hit. Und, oh. Missing Space. Kann ich denn irgendwas wegwerfen. Wir bräuchten unbedingt Rucksäcke. Ja, ich muss auch mal ganz kurz hier ein bisschen von dem Schrott wegwerfen, den ich irgendwie mit mir rumtrage. So, das hier Equip. Was kann ich mit so einem Sachen wie Ranger Magazine oder Seven Scope machen? Ähm, nein, das sind glaube ich, äh, wie heißt's, ähm, Dingens, äh, wie soll ich sagen, ich weiß nicht. Wie heißt es nochmal? Ähm, Upgrades für Waffen oder was meinst du? Ich glaube, ja, also das Scope ist ein Upgrade für Waffen. Äh, ich kämpfe mich ja zu diesem Turm da links an der Seite, glaube ich, hoch. Wow, ich hab Dynamit. Explosives heißt es. Nice. Also ich glaube, dass es Dynamit ist. Ich glaube es wirklich nur noch so. Okay, zack. Der ist bitte so. Lieber Zombie, willst du mich angreifen? Ich kleide mich jetzt mit, ähm, Military, ähm, Ausrüstung. Moment, ich schleiche mich gerade an einen an. Ja, mach ich auch gerade. Oh, fuck. Ich hatte, scheiße, ich hatte mein Messer nicht ausgerüstet. So, ich kette mal hier die Leiter hoch. Deswegen war er nicht One-Hit. Okay. Wenn du Hilfe brauchst, schrei einfach, ne? Mach ich, mach ich, mach ich. Aber bis jetzt alles gut. Oh, Military Knife. Oh, ich hab hier Maple Strike, so ein MG. Okay, nice. Das ist echt gut. Dann, schüss, lieber Revolver. Oh, du bist eh nicht so gut gewesen. Äh, Ammonation Crate. Was ist Ammonation Crate? Hab ich auch eins von. Keine Ahnung, was die Dinger machen. Oh, geil. Ich hab ne Military Weste. Oh, Junge. Ich hab hier 52 Schuss für das Ding. Geil. Das ist richtig nice. So. Immer wieder die Leiter runterkommen, irgendwie. Alles klar. Sehr gut. Au, fuck. Okay, der war One-Hit. Nice. Hier ist wieder Kleidung. Ja, finde ich auch ab und zu hier immer wieder. Oh, ich hab mich gesehen, der Zombie. Ich nehm das alles mit und mach direkt, ähm, Dingens draus. Ich hab auch ein Military Knife. Dann werf ich mein, ähm, Kitchen Knife mal weg. Dann rüstet mich mit dem hier aus. Ist das Military Knife gut? Ich schätze mal, dass es besser ist als im Küchen-Dingens-Bunds. Wobei, aber ich hab, ich hab meine Axt dürfte immer noch besser sein. Die ist halt echt gut. Ah, jetzt hier sind drei, hier sind drei Zombies auf einmal. Da will ich eigentlich nicht hingehen. Hier ist noch ein Military Knife. Hier ist nichts drin und da ist auch nichts drin. Okay. Huh. Hast du die Aufnahme im Blick? Meine Stopp-Wurl, hab ich aus Versehen geschlossen. Ich hab auch eine Stopp-Wurl, ist alles okay. Okay, gut. Ähm, pass auf, noch, äh, ich wollte noch Bandagen-Craften. So, zack, zack, zack und zack, zack und zack. Okay, nice. Ich hab richtig gutes Zeug. Hey, ich könnte eine, ähm, eine Spritze craften. Nice. Eine Spritze? Ja. Ich könnte auch mal durchgehen, ob ich irgendwas craften könnte gerade. Lass mich mal ganz los schauen. Was gut ist, es wird dir ja auch immer angezeigt. Metal Scrap. Schau mal her. One Hit. Gut. Was, was ist, was ist denn, was ist denn ein Splint nochmal, ist das denn? Wow, fuck. Metal Bomb, Metal Scrap. Was ist denn hier als Craft? Fuck, scheiße. Scheiße. Alter. Scheiße. Okay, alles gut, alles gut, Basti, alles gut. Ein ganz kranker Scheiße-Craft gefühlt. Ops, ähm, 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 ich esse mal noch so eine Beere, so. Okay, nice. Oh. Hast du einen gepullt? Ich hab's gehört. Ja, einen von diesen kleinen Sprinter, diese kleinen Mistviecher. Ja, ja, die sind mies, ne? Aber hab ihn. Okay, gut. Jetzt auch nochmal ein bisschen Kleidung. Ja, draußen sind welche, die kriechen. Mal ganz kurz gucken, das kann ich nicht schmeißen. Ich geh jetzt mal da hinten in den Turm rein. Wollen wir das in den Moment? Hier. Hä. Orange Smoke, ich werd jetzt mal eine Rauchgranate. Wow. Ich hab auch einen Orange Smoke und einen Green Smoke hab ich auch einige von. Oh, geil, Zombies, die laufen dann in den Rauch rein. Das heißt, du kannst sie ablenken. Nice. So. Ich geh gerade in den Turm hoch. So. Aber was liegt hier? Sand Bank. Lol. Man kann Sandmauern ausstellen. Ja, man kann einiges machen, hab ich das Gefühl. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Ach, das ist dein Smoke. Ja, ja, ja. Haben wir jetzt, warte, da hinten ist noch ein dritter Turm, ne? Waren wir da schon drin? Ja, ja, komm mal mit. Komme. Oh. Aber ich hab auch, im Smoke stand einer. Ja, ja, deswegen hab ich doch gesagt, die lenken die ab. Ach so. So, da hinten der letzte Turm. Hat ihn jetzt ausgehalten, ey. So. Irgendwie sehr dunkel, aber hier, komm mal zu dir. Oh, fang. Und. So. Ähm, ich craft mal wieder kurz. Bandagen. Geh schon mal weiter. Ja, ja. Bum ist ja, glaube ich, jetzt safe, außer ich bin blind. Wir sind diese Folge mega produktiv, kann es sein. Ja, und dabei haben wir sogar noch drei Minuten. Nice. Okay, was wäre dann der Plan? Äh, ich schau mal kurz. Hier oben ist auch noch Dynamit. So, so, so. Äh. Na, dass du jetzt keine Waffe hast? Also, uns hat jemand geschrieben, dass, äh, es Helikopter gibt. Und, äh, Carla hat gemeint, die sollten wir noch nicht benutzen, da die noch ein bisschen buggy sind. Ja, wäre auch irgendwie OP und langweilig, so ein Helikopter, ganz im Ernst. Also, was wir noch brauchen, ist, äh, für mich Munition für meine Schrotflinde. Oder, ja, Gaugeshells halt. Das wäre nicht schlecht. Hab ich da irgendwas für das mal ganz kurz gucken? Dann haben wir... Okay, ich komme. Moment. Ah, nee, halt mal. Sollen wir den nehmen, anstatt unser anderes Auto? Weiß nicht. Ähm. Also, kannst du dir tanken, grad, ne? Ja, jetzt ist ein Militärauto schick, würde ich sagen, ne? Ja, gut. Ich hoffe, du warst sonst hier überall drin, ne? Was? Du warst sonst hier überall drin, oder? Ja. Okay. Der Bastisch trult hier grad so ein bisschen. Ja, ja, ja. Immer schön, ich kenne es da voll, dann ins Auto damit. Ja, nochmal. Da geht noch was. Muss sich ja lohnen. 96. Da geht noch was. Ja, das ist ein Produktiviebeuge. Oh, fuck. Ähm, wir kommen hier nicht wirklich raus. Mit dem Auto. Doch, hinten ist doch hier so ein Loch in der Mauer. Meinst du da kommen, wie du willst? Testen wir es. Testen wir es. Alles klar. Oh ja, schön mit Licht. So, erstmal wieder Außenansicht. So. Nochmal mit dem Zombie drüber fahren, der hier liegt. Genau. Oh ja, doch, wir kommen hier raus. Geht. So, Kurve. Oh. Jetzt kannst du mal deine Offroad-Skills hier zeigen. Wow, nice. Oh shit. Das geht 100 pro schief gleich, oh Gott. Oh oh. Ja, ja, ja. Ich mache das. Oh, oh. Was ist das? Abschüssig hier, der Werk. Was ist das? Ein Schwein? Ist das ein Schwein? Ein Schwein. Aussteigen. Erstmal aussteigen. Da drin. Ich halte den Sitz warm. Was machst du denn da mit dem Schwein? Ich wollte es abstechen. Oh, das geht nicht. Direkt zu Kotelitz verarbeiten. Oh, ich habe es getroffen. Oh, es rennt weg. Ah, ich renne mir jetzt nicht weg. Quick, quick, quick. So. Wo ist denn die Map? Also, wenn wir jetzt nach links gehen, dann wären wir direkt in Stratford in der Stadt. Okay. Da waren wir noch nicht, ne? So. Ich fahre jetzt mal hier vorsichtig runter. Wie? Nicht Vollgas? Passiert nichts. Alles gut. Ja, ich weiß. Ich vertraue dir. Wir fahren jetzt einfach mal nach Stratford. Alles klar. Wir haben ein cooles Auto. Los, hup mal. Komm. Oh, schön. Nice. Ja, können wir doch kurz nach Stratford fahren, dann können wir da auch gleich den Part beenden. Ja. Oh, da gibt es direkt einen Laden mit Gas. Uh. Ja, du brauchst. Was ist noch der Gang? Hast du also die Shotgun, ne? Ja. Ich brauch Gaugeshells. Okay, Leute. Dann war es das mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und schaut beim Yannick vorbei. Ciao. Und schaut beim Basti vorbei. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.